Dieser Ford Galaxy ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Van ist fünftürig, bietet Platz für sieben Personen und hat einen großen Stauraum. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 143.000 km. Die Erstanmeldung war Ende 2009. Der Van bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Einparkhilfe und vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 116 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 10.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Bewegung Howard Smith bläuft sich vra拳 du Vielen Dank.